Mein Aufgabengebiet ist sehr vielfältig. Das fängt von so viel an und kann über so viel gehen. Aber grundsätzlich geht es darum, dass wir versuchen zu verstehen, was brauchen unsere Kunden, was braucht der Markt. Sehr abwechslungsreich. Ich bin ungefähr 50 Prozent unterwegs. Die Reisetätigkeit ist meiner Meinung nach auch sehr richtig balanciert. Das ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Wir versuchen immer ganz nah bei unserem Kunden zu sein. Durch Kundeninterviews, indem wir Messen besuchen, indem wir sie persönlich besuchen. Was mir spannend ist, sind die speziellen Projekte. Wir reden hier über Maschinen über mehrere Millionen. Was mich begeistert hat, sind die Maschinen. Die Technologie, also es ist ja vieles noch nicht fertig oder nicht von der Stange, sondern da muss auch viel entwickelt werden. Wir haben von Grundlagenforschung bis zum Maschinenbau haben wir alles unter einem Dach. Das ist sehr selten. Wilco hat eine ganz tolle Zukunftsvorsicht. Wir haben ganz neue Technologien und Produkte und wenn du dabei sein willst, dann bewirb dich noch heute.